Musik Seit inzwischen neun Jahren ist das Azupika fester Bestandteil der Ausbildung an der Škoda Akademie. Jedes dieser besonderen Fahrzeuge ist einzigartig und jedes Fahrzeug verdeutlicht den hohen Stand der Berufsausbildung an der Škoda Akademie. Gleichzeitig lebt das Projekt vom besonderen Spirit unseres Unternehmens. Vom starken Teamgeist, der Liebe zum Detail und von der Fähigkeit, out of the box zu denken und bekannte Pfade zu verlassen. Škoda ist hands-on, das zeigt sich auch im Azubika-Projekt. Unsere Auszubildenden sammeln sehr früh konkrete praktische Erfahrung und erweitern on the job ihr Know-how. Dabei profitieren sie von der engen Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Abteilungen im Unternehmen. Die Azubis-Cars habe ich von Anfang an begleitet und das Projekt und unsere Auszubildenden begeistern mich jedes Jahr aufs Neue. Das diesjährige Azubika biegt langsam auf die Zielgerade ein, aber auch auf den letzten Metern gibt es noch eine Menge zu tun. In diesem Projekt lernen die Azubis im Zeitraffer den gesamten Entstehungsprozess eines Fahrzeugs kennen. Vom Zeichnen der Skizzen über die Fertigung bis hin zur dynamischen Fahrzeugpräsentation vor Journalisten aus ganz Europa. Doch es geht nicht nur um dieses Projekt, es geht vor allen Dingen um die Menschen, um euch, um die Auszubildenden. Ihr habt viel Energie und Zeit in dieses Projekt gesteckt. Was bewegt euch bei diesem besonderen Projekt dabei zu sein? Studencké vozy z minulých let vypadají skvěle. A práce v Azubi je zábava. Je také obohacující dozvědce více o designu nebo třeba o dodávkách dílů. Asi není lepší způsob, jak se naučit, jak se vyrábí auto. Každý den je jiný. Nyní můžeme zúručit naše znalosti a dovednosti, které jsme se naučili během našeho studia. Spoločně v týmu je to skvělý pocit. Zároveň si všímáme, co nás baví a v čem jsme obzvlášť dobrí. Naším letošním cílem je obětný vůz. Takový domov daleko od domova. Základem je plně elektrický ENIAC IV. Jeho úložní prostor bude nabízet všechny možnosti, jak je využít jako mobilní kancelář. V letošním roce je studentský vůz opět typicky škodovácký. S velkým prostorem pro outdoorové vybavení a plný moderní techniky. Ať už pro odpočinek na dovolené nebo jako mobilní kancelář. Office Camper je jednoduše ideální. Das nenne ich Work-Life-Balance at its best. Das diesjährige Azubi-Car soll dazu ermutigen, rauszugehen, die Welt neu zu entdecken. Und diesen Anspruch erfüllt es vollkommen, ganz im Sinne all unserer Kunden. Keine Frage, das Fahrzeug sieht jetzt schon richtig klasse aus und ich freue mich auf die Weltpremiere. Vielleicht leihen mir die Azubis ihr Fahrzeug ja mal für den nächsten Sommerurlaub aus. Aber ich merke schon, die Arbeit ruft. Kampony Kaocht. Kuèlešie än